Vier. Harry Potter. Hä? Ah. Oh mein Gott, Zehner, oder? Ah, machen wir neun. Neun, vielleicht kommt noch jemand. Okay. Ähm, ja, für den habe ich die Zehn gedacht. Junge, ich bin so schlau. Okay. Acht. Acht? Okay. Acht, das ist doch voll nett. Jetzt sieben, hoha. Ähm, uuuh, machen wir zwei oder drei? Zwei. Zwei. Genie Weasley auf zwei. Ist es Fred oder George? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist Fred. Oder George. Sechs? Ja. Okay, sechs. Bis jetzt noch kein... Ich mag sein Auge. Auf die fünf. Fünf. Oh nein! Sollen wir Risky? Drei, oder? Wir müssen jetzt gucken. Hey, was kriegen wir für Charaktere? Da kommt einfach niemand. Wer kommt bei eins? Wer ist eins? Oh, lustig. Malfoy. Auf die eins. Auf die eins.